Ich tue mal wieder ein bisschen Munition in die Kiste, die ich gerade hier aufgesammelt habe. So, das ist schön. Minderwertige Munition, war für? Ja. Die Muskete. Also wenn du, was gut, ja selber hast, dann behalte sie. Minderwertige, abwerfen. Danke. Acht Stück, das heißt so, wow. Das ist ein toller Weg. Wer baut denn hier gerade? Au. Au, tobt sich gerade voll aus. Ich finde das jetzt schon voll schön. Ja, ich habe aber, ich habe halt viele Videos gesehen und so und da war das teilweise voll toll und ja. Hat jemand zufällig irgendwo einen Springbrunnen oder sowas gelernt? Ich glaube ich, ich habe alles Deko bisher gelernt. Hast du da irgendwas bei, was irgendwie einen Springbrunnen oder so mäßig aussieht? Ich glaube, der kam ein bisschen später. Ne, habe ich, kann ich machen, ja. Hätte ich auch. Der kostet 100 Metallbaren, willst du das wirklich jetzt machen? Ja, erhöht die Bewässerung und der ist sogar gut. Ich weiß, die haben alle Fähigkeiten. Also das ist der Erdbeer, die wir haben. Also es gibt ja Blumenbeet, das macht auch erhöht, das Sammeln und sowas. Alles Silo macht besser, Aussaat. Ja, 39 Metall noch. Ja, also das, wenn, das ist zwar natürlich von der Priorität her nicht ganz oben, aber können wir auch machen, wenn das, wenn das schön aussieht. Also Metall haben wir, wie gesagt, wir müssen das ab und zu mal so sagen. Ich würde sie so gut so, ähm, drüben vielleicht mal zwei Eierbrütstationen hinsetzen. Einfach nur so. So, dann geht einmal einer rüber und macht dann wenigstens was. Ist das schon immer? Dexi? Ja? Rat mal, welche Fähigkeit das Viechers ist, das ich gerade aus dem Dungeon gekriegt habe. Mh, verfressen? Nein. Hey, Kommandant hier wahrscheinlich. Festungskommandant? Stimmt, äh, Senko hast du recht. Ich hab die, ich hab die, äh, Enterhakenpistole. Hätte ich mich eigentlich selber da hinziehen können, hab ich nicht dran gedacht. So, würdet ihr zwei vielleicht die beiden, ähm, Dings befeuern? Wärt ihr so gut? Aber natürlich. Ich glaub, die meins, ich wollte gerade sagen, die Pearls, glaub ich, ne? Ja. Oh, jetzt ist ja schon fertig. Wann habt ihr denn das, wann habt ihr denn das alles hier umgebaut jetzt? Ja, das ist alles raus. Gerade eben? Gerade eben hat sie angefangen damit. Woops. Voll schön aus, Frau. Trotzdem geil. Nicht schlecht. Oh, da liegt ein Ei. Das nehm ich mir doch mal direkt mit. Finde ich so, dieser Spot ist einfach lustig. Du kannst einfach so immer so ein Ei holen hier, ne? Ist das eigentlich immer random, was gespawnt wird? Oder kann das auch mal ein Jumel-Ei sein? Bitte? Ist der Dodo nur bei mir so leise, oder ist das... Der ist gerade so leise, ja. Der war gerade so leise. Was? Tiger ist in Chit. Soll ich schreiten, oder was? Hallo, Tiger. Hallo, Tiger. Hallo, Tiger. Da komme ich ja nie hinterher. Ich bin, was? Ich bin vom Level nicht weitergekommen. Ich bin eigentlich nur in der Base bis jetzt gewesen und einmal im Dungeon kurz. Und habe ein Level dazu bekommen. Ich bin einfach mal mit mir gespielt. Wie lustig, ey. Was war das denn? Komm, ihr könnt das. Los. Wir gehen jetzt mal auf Tour. Wer will mit? Ich komme gleich mit. Ich komme mit. Das ist aber nicht gleich. Sofort. Ich komme jetzt mit. Ja, ich muss mal eben das Metall noch wegbringen. Ich gehe gerade zu einem Händler. Guck mal, was für Pals der im Angebot hat. Ich bin ja schon Level 3. Wenn jetzt einer von euch einen Purin-Sattel für mich hat, dann würde ich den auch mit dem Landtier mitrauen, mit Dex. Vergiss es. Purin ist sehr spät aus. Purin ist Level... 30. Ich würde ja gerne für meinen, ich würde ja auch gerne für meinen, ähm, Feuerfuchs den Sattel. Aber es ist auch ab Level 30. Lade. Aram blue, armedin abedai. Ja, wenn du so eine Einstellung hast, sowieso nicht, Tiger. Ähm, Dex? Ja? Besitzt du 15.367 Gold? Ja. Komm mal hier zu meinem Händler, der hat das War Sekt. Zu deinem Händler. Zu deinem Händler, also zu dir. Ich weiß nicht, wo er ist gerade. Ich glaube, bei ihrer Base. Nein. Da hinten, da, okay. Ja, da hinten in dem Linkscher. Okay, ich gehe nur noch hin, weil ich weiß ja selber, dass ich das nicht so gerne kaufe. Aber ich gucke mir jetzt mal an, was das ist. Ah, der ist dicke Käfer, der dicke Käfer. Den du unbedingt haben wolltest, den du erst nachher im Naturschutzgebiet kriegst. Oder wenn du den draus machst. Okay. Jetzt gucke ich mir jetzt mal an, wo bist du? Dodo? Okay. Ähm, ich komme mal. Ich muss da jetzt einfach nur... Hier lang? Ich sehe den Pfeil irgendwie nie. Ich denke, du musst, äh, wenn du die Statue im Rücken hast, einfach gerade laufen. Hä? Sicher? Oh, Sekunde, ich muss mal ein paar hier fangen. Oh, das war wieder. Wäre schon zu stark. Das war ja knapp. Ähm. Wir hatten hier die zwei Wirms reingemacht. Äh, wir brauchen irgendetwas mit Feuer. Achso. Ähm. Äh, guck mal, er ist jetzt da unten. Aber die wir haben da unten. Ja, die müssen da unten nur runterspringen. Gerade den, den da, wo Dex ist, einfach nur den Abhang da hinten runterspringen. Die Wirms, die sind ein bisschen komisch, was das angeht. Die können nämlich auf dem Boden irgendwie nichts befeuern. Hm. Genau, Dex und rein da. War ich nicht schon mal hier? Ja. Aber warum habe ich das Ding hier, den kleinen, das kleine, das kleine Smartphone nicht mitgenommen? Hä? Das weiß ich nicht. Kim, wo bist du? Keine Ahnung, ich such euch. Ja, ja, du bist richtig. Ja, der will ich aufsteigen. Ja, perfekt. Jetzt kuppeln wir mal. Und jetzt einfach umdrehen und da hinten. Kaufen. Da war ich bis jetzt noch. Fastenprofen, Atem, Nehmen, Wasserrate, Kaltblütiger. Das geht. Er ist ein gutes Power. Finde ich sehr cool. War Sekt. Gefällt mir richtig gut. Aber die, 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 äh, also Fastenprofi ist zwar nett, dann frisst er dir nicht so viel. Aber guck mal, der hat jetzt schon über die Hälfte Essensmenge. Und jetzt mit dem Fastenprofi 3 reduziert sogar. Ich sehe gerade, weil ich bei dir im Sprechen... Ist das hier ein Wilderer? Der, 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 den ich gekauft habe, ist auch bei dir ausverkauft. Ich dachte, der wäre nur für mich ausverkauft. Ah, dann hat dir vielleicht jemand gekauft vorher? Ja, ich. Ach so. Faulpelz hast du echt gekauft? Das war scheißegal für den Eintrag. Ich fand er das Vieh nicht. Der gefällt mir, der Kryolinks. Ja, der war aber zu teuer. Forstmeister. Forstmeister, das ist sogar perfekt. Der macht nämlich Baum abhauen 2 plus Forstmeister, perfekt. Aber wenn du den dafür nutzen möchtest. Ich würde den Käfer gerne zum Kämpfen nutzen. Hart im Nehmen ist gut, Kaltblütig ist gut, Wasserratze nicht, aber Fastenprofi, ja. Hart im Nehmen ist Defense. Und Kaltblütig ist, glaube ich, du hast, glaube ich, hast du eine Kritschance oder sowas? So genau habe ich nicht geguckt. Ich weiß nicht. Leider kann man das nicht nachsehen. Das finde ich schon mal doof. Also jetzt hier. 15.000. Nee, ich warte noch. Kann sich jemand kaufen. Ich habe, glaube ich, 20.000 oder 25.000. Aber dieses Kryolinks wird wahrscheinlich auch überall rumlaufen im Eisgebiet, oder? Ja, tut's. Aber erst in dem bösen, bösen Eisgebiet. Können wir den umbringen? Ich mag keine Wilderer. Ich glaube, der wird sich ein bisschen wehren. Machen wir. Da ist ein explosives Fass neben dem. Leute, woran sehe ich, dass ich die Lampenlaternen aktiviert habe? Ah, scheiße. Die geht automatisch. Für den Töten. Aber ich habe die nicht auf meinem Beutel, also meiner Tasche, aber die leuchtet auch nicht in der Dunkelheit. Leuchtet echt nicht. Dexy, dann kommst du helfen. Das zählt nicht im Schatten, Dex. Das zählt nur nachher. Oh Gott. Oh, sag doch Bescheid, dass du anfängst, Mensch. Fang an. Auf, Sodo. Mach ich mal, ne? Was macht ihr denn? Ich glaube, die töten den Wilderer. Ihr könnt den Wilderer auch fangen, ne? Ja. Dann kann der bei uns direkt seine Ware neu machen. Gut. Ich komme da mal vorbei. Ich helfe euch mal beim Quatsch, den ihr macht. Also, wir wollen ihn fangen, ja? Wir können ihn fangen, damit er mal weiß, was die Pals, die er da... Fängt ja schon mal gut an. Ja. Finde ich hier schon einen Verletzten hier auf dem Boden. Der hat eine Minigun, ey. Ihr habt damit angefangen. Ja, und wir werden es auch bänden. Eindlich. Ach so, das ist seins, ne? Er hat die Fähigkeit, ja. Ach Mist, ich wollte nicht so schießen. Hm. Welches Perl nehme ich? Er hat es gerade erwischt. Der hat ihn als nächstes. Au, Dex. Ja, komm mal, hier rüber. Geh ihm Achtung, da bitte in der Deckung. Da bitte in der Deckung. Nein, du bist da weg. Sonst kann ich dich nämlich nicht aufheben, weil wenn der dich nur noch trifft, dann bist du verrecke, frecke. Das ist der Fritte. Was willst du da schmeißen? Ich habe gerade meinen Flieger verloren, das heißt, die darf gleich zurückkommen. Wir sind ja nicht weit weg von Blinks. Wo ist der Typ? Weißt du, woher der Typ ist? Hinter meinem riesengroßen Turtle, ne? Soll ich den mal einpacken? Nö, ich packe den doch mal ein, der ist nicht gleich tot. Wofür stirbt, dann kann er am wenigsten noch ein bisschen... Mann, ey. Die Armee aus Pauls, die da gerade so rum eiert, ne? Ich glaube, so schnell lässt er sich noch nicht fangen. Ja, ich weiß auch nicht, was den geritten ist. Guck dir das mal an, was... So, wir machen das doch gut. Was, warum wirfst du eigentlich den Ball? Moment. Dodo, warum wirfst du den Ball? Der steckt mich hier hinterm Stein. Ich fährt doch gar nichts. Ach, du hast die ganze Zeit bei mir Sphären in der Hand und wirfst die ganze Zeit Sphären. Nö, ich schieße die ganze Zeit mit dem Bogen. Ah, bei mir fährst du die ganze Zeit... Ja, was ist denn? Ja, wo bist du denn? Oh, der ist jetzt im Raum. Oh Gott. Wir sind jetzt in die Ecke gekommen. Wir lassen das mal sein. Ja, du hast dich nochmal rausgedreht. Wow. Durch die Wand? Das war nur nicht die Wand, das ist doof. Ah, komm, lass mal, ich bin nicht gegen den Kämpfen. Ja, 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 wir sind nicht stark genug für Tee. Aber irgendwann bringe ich hin. Ja, irgendwann. Ja, krabbeln mal in ihm vorbei. Ihr denkt gerade, dass ihr mich noch aufheben müsst? Ja. Jemand sagt, ne, ich stelle... Er hat's verdient. Ja. In unserer Verteidigung. Warum? Weil der ein Wilderer ist und ein Tierer entfängt und die verkauft es als Großwildhändler. Dann müsste erst Marco mal erschießen. Die kauft den Scheiß. Ja, aber man verkauft Kümchen in ihrer Pals nicht. Äh, doch. Ich verkaufe nur Menschen. Das ist okay. Kümchen, ich bin enttäuscht von dir. Ja, aber was soll ich mit Baulpätzle und die Leute, die sich da... Freilassen! Kann man eigentlich... Kann ich ja so einen Schleimbeutel verkaufen. Sie haben das... Nicht an den Wilderer. Ich hab die Wilderer immer nur an denen im Dorf verkauft. Jungen und Mädels, ich warte auf euch hier. Kommt zu mir. Wir laufen los. Ja, wird schon und guck das laufen. Ja, ich bin auch im Reiten. Ich bin ein bisschen bereiten hier, die ganze Welt. Ja, ich hab nichts mehr zum Reiten. Auch nicht zum Reiten? Dann supporte ich dich kurz nach Hause. Ich meine, also ganz ehrlich. Auf diesen Würsch passen locker zwei Leute drauf. Absolut. Auf den Wolf eigentlich auch. Ja. Ich wollte das eigentlich nicht. Aber egal. Ups, wo schießt dich jetzt hin? Kurz geleckt. Schießt sich direkt über. Wenn wir nachher wieder zu Hause sind, da wagt uns eine mega-klasse Baseball einfach raus. Ja, klar. Ich glaub' daran. Das war da jetzt schon geil. Ja, die Pauschen. Alles verbackte Viecher, weil die sich da reinbacken was bauen. Ach. Ich glaub' allgemein, wir sollten sowieso möglichst kleine Tiere in der Base benutzen, oder? Ja. Komm mal mit. Da ist nämlich eine Statue, da portest dich kurz nach Hause. Tust wenigstens deine Tiere, die verletzt sind dort weg. in die Dings und holt sie dir mal ein was Vernünftiges. Hier, guck, hier vorne ist die Statue an der Brücke. Hier ist ein Händler. Nein, wir greifen den Händler nicht. Aber die könnten wir eigentlich fangen. Der ist Level 20, aber die anderen Typen sind Level 20. Eigentlich komm... Mann, warte doch. Mann, warte doch. Mann, warte doch. Mann, das Ding. Ich hab mich verklingt. Ich wollte absteigen. Gott. Ach ja. Das war, weil... Nee, ich hab eh gedrückt, weil in anderen Spielen das ist immer eh, Mann. Hallo? Ey, warum schießt du auf mich? Ich hab nichts getan. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das war auch auf der See. Oh Gott. Da bin ich sicher, dass man die fangen kann? Ja. Oh ja. Aber die ist auch doch nicht einfacher. Und die Frage für ungebildete Wursturien. Äh? Ist das nicht in Frankreich? Keine Ahnung. Mag mich gerade vertun? Lebt der jetzt? Ähm, warte mal. Ich hab keine. Oh Gott, ich hab das Schaf erschossen. Ich mach das. Der Kerl ist relativ hart im Leben. Oh, ich muss nicht mehr drauf schießen. Jetzt am besten fangen. Aktuell. Hier, in den AFA-Gruppe. Äh? Oh, hat jemand den gelben gebraucht? Das musst du mir sagen. Danke. Ich wusste nicht, dass du genauso schützt wie ich. Okay, das hab ich. Jop. Schick's nochmal rein. Gott, ich hab einen Fahrenden-Händler jetzt. Boah ey, wie ich mich eben verkriegt hab, ey. Ähm, ich muss mal ganz kurz jetzt nach Hause deswegen, weil, äh, durch den... Ich stand da gerade beim Händler, war noch am Kaufen und der hat mich mit der Pistole angeschossen. Konnte ich's machen. Geh mal auf, äh, zuletzt besuchte Server. Ich hab mir meine Rüstung zerfetzt. Da musste der Server an, äh, zu sehen sein. Hallo Einzelner. Ja, viele Grüße zurück. Sag ich doch Italien. Turin. Ex hat eben nicht zugehört, was? Was denn? Nein. Wir haben uns gefragt... Oder ich glaube, Kümchen hat gefragt, wo ist Turin. Nein, Pau hat gefragt. Pau hat gefragt, wo ist Turin. Aber ich hab ja gefragt. Und ich hatte gesagt, ich glaube, äh, in Italien. Geh in Italien, genau. Geh in Italien. Nee, ich hatte gesagt, in Frankreich stimmt. Macht euch nichts raus. Turin ist eine wunderschöne Stadt übrigens. Ja, ich hab endlich wieder einen Slot frei für meinen Agro-Igel. So, wir treffen uns wieder in der gleichen Brücke. Auch wenn das für euch nichts Besonderes ist, aber ich hab das Gebiet noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Da, wo wir gerade an der Brücke standen. Ah. Ja, ich nur ganz kurz. Äh, kann ich nicht eins davon reiten? Ich glaube nicht. Egal, ich laufe. Hast du keinen Wolf, keinen Hirsch, kein Schwein? Doch. Ach, erzählen. Alles, was ich reiten kann, ist mein Vogel und mein Vogel. Äh, meine Ex. Nichts da jetzt. Ich hab noch mehrere, mehrere Wolfe. Äh, ich hab auch... Ich brauch grad sagen. Ich bin schon wieder da. Nein, ab zur Base. Ich mach dir grad schnell einen Sattel. Für einen Wolf, für einen Schwein, für einen Hirsch, für einen... Ich hab wieder einen Wolf, noch Schwein, noch Hirsch. Wie geil. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Reißen... Das ist doch egal, zum Reiten doch nur. Warte mal, was kannst du reiten? Was kannst du reiten? Wartet, machen wir anders. Machen wir anders. Nein, nein, nein. Guck mal hier. Geh mal schnell in die Base. Nimm den, den ich gerade hier habe. Der ist flink, der ist sogar schon noch schnell. Guck mal, nimm den, den hab ich gerade reingelegt. Aber der ist landweilig. Das ist doch toll. Hallo. Was? Ja, der ist surfen den ganzen Arm. Willst du ihn? Kannst du reiten. Glaub ich. Sag schnell, dann mach ich dir einen Sattel. Schön, ich nehm den surfen mit. Was für ein Ding ist das? Sie hat den Sattel. Ah, ja, dann ist okay. Dann kann ich meinen Wolf ja wieder haben. Pschuh, da muss ich nichts trennen von mir. Mein Gott. Der Wolf. Peter und der Wolf. Kennt ihr die Musik zu dem Hörspiel? Peter und der Wolf. Guck mal. Das ist mein Agro-Igel. Dämonen-Igel. Ich mag den total. Die sind super stark. Ich hab vergessen, meine Rüstung zu reparieren. Tschüss, Kim. Ich hab im Trader gesehen, dass man seine Pals auch streicheln kann. Wie geht denn das? Sagt mal, vier. Wenn du die rausgebrochen hast, dann steht er in dem Rad irgendwo streicheln. Oh, wird das streicheln? Nee, nee, so geht das nicht. Du musst das Fleisch dabei nehmen und dann auf streicheln klicken. Ja, ja. Dann steht der streicheln nicht mehr mehr da. Aufstrich steht dann da. Hier sind Schmetterlinge. Also ist Motten. Ich will motterig. Ich hab keine Dings mehr, fällt mir gerade auf. Du hast keine Dings mehr? Das hast du gerade gesagt, Kim. Keine Dings mehr. Ach, ich hab keine Dings mehr. Aber wir klar. Ach, Göttchen. Ihr zwei seid so langweilig. Ich hab nicht so verstanden. Also ich freu mich darauf, wenn wir den Pyrin-Sattel haben. Oh ja. Ich freu mich auf meinen Feuer-Sattel. Wow, was ist das denn? Geil. Pass auf, dass das nicht angreift. Ich will im Rat. Nein, nein, nein. Warte. Das Pyrin-Decks, das kennst du. Ja, hab ich, hab ich auch. Ähm, nicht in dem Safe. Äh, doch. Hast du? Hab ich das noch? Dann werden wir doch zusammen gefangen, beziehungsweise ihr zwei. Mist. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Hilfe. Ach man. Du hast doch einen. Alle. 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 Kim? Ja. Ich hab was. Ich muss ein mehr haben, weil, äh, äh, das ist ja nicht immer ein Guter. Das ist ja manchmal ein Schlechter dabei. Alles noch her. Er wird wieder rauskommen. Ah, doch nicht. Angriffsstratege, sehr gut. Das ist ein Guter. Das ist ja fein. Ich hab mal Honig mitgenommen. Ähm. Ähm. Woher? Dodo? Ja. Ich schmeiße was auf den Boden. Ja. Ach, du bist los. Äh, da. Da kommt's. Sterb. Danke. Ermeure ihn. Ermeure? Oh. Dankeschön. Ich hab grad gerade gedacht, was ist das für ein geiler Vogel. Der brennt ja. Okay. Ähm. Kim, du hast nichts zum... Oh nein. Okay. Ich hab was zum Reiten. Nicht zum Fliegen? Äh, nein. Ja. Okay. Ich komm gleich wieder. Aber ich hab was auch. Ich hab auch was zum Fliegen. Nein. Ich will nur ganz kurz dazu, der Statue, weil ich sie grad da hinten sehe. Ja, ich auch. Was zum Fliegen. Hab ich was zum Fliegen? Ich hab gar nichts zum Fliegen. Hast du dich dabei? Nee. Warum? Weil ich's vergessen hab. Ich komm wieder zurück zu euch. Ich komm zurück zu euch. Bleibt, bleibt einfach... Okay, bleibt nicht da. Ich hab ja schon springen gehört. Ich hab's jetzt gehört. Platsch, alle beide im Wasser. Was bringt das denn, wenn du die Eise-Statue einsammelst und der Rest von uns hat die nicht? Nein, wir werden noch dann im Kreis gelaufen. Ich war einfach nur... Ich wollte sie einfach jetzt grad schon nehmen. Bin einfach... Ach so, aber ich hab die Statue sogar schon, ja. Okay. Also, dann sind wir schon mal hier. Hier ist die Grenzekatze übrigens, sehe ich grad. Und die schläft. Ich schläft. Ja, da kriegst du ja mal direkt mal so einen schönen Dingsbums. Du weißt schon. Kritikschuss. Mein Spiel ist verbaggt. Was los? Ja, dein Spiel ist verbaggt. Was los? Äh, ich kann doch noch links laufen. Das hab ich aber auch manchmal. Drück mal auf Bau-Menü oder Escape oder sowas. Danke. Bitte. Dex, hier ist noch eine Motte. Ja, aber erstmal hier, Grenzekatze. Können wir das Grenzekatze jetzt... Aufpassen mit deinem Pürin, wenn er angreift, ne. Der ist nämlich ziemlich aua. Oh, die krank, die glüht ja. Schmeiß doch, schmeiß doch. Warum schmeiß ich nicht? Also, hast du gemacht, ja? Ja, aber das war gut. Das funktioniert nicht mit 4%. Wir schlafen pahl, Freunde. Gut, dann können wir die gleich fast ewig schlafen legen. Wollte ich mal den goldenen draufwerfen? Ne, ne, ich mach das extra. Oh, das wird doch nicht gehen, oder? Doch. Ich schieße, ich schieße nur... Ups. Weiß ich nicht, hallo, Toto. Das wird schon gehen. Nein, hast du nicht. Was ist mit dem grünen? Und dann, hallo jetzt. Hallo, 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 hallo. Siehste? Hallo, hatte und so weiter und wie schön. Hat geklappt mit dem blauen. Ich, 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 äh, fang die dann immer einfach Stück für Stück. Ich schieße dann nochmal drauf, ganz leicht, dass sie nur einen Schaden macht oder zwei oder so was. Da oben glüht was, da ist ein Boss. Mal gucken gehen. Da ist ein Boss, ja, da ist Petersilie. Das klingt bei weitem weniger Kohle, als ich gehofft hatte. Ah, mir ist mir voll aufgefallen, wenn man etwas nicht fertig baut, dann zerfällt das wieder. Ja, du kannst nur eine begrenzte Anzahl an Bauplänen. Guckt euch den Vogel an. Ja, den will ich auch. Ach so, das könnte es auch sein. Warte, ich bin noch eine Motte. Da ist noch einer. 2, 25 und 27. Lass mich raten, die sind Witzvögel da. Die Hellseepir? Ja. Ich sehe gerade, welches Gebiet ihr seid und ich sehe, es ist Nacht, was soll das wohl sein? Oh, Mist. Ah, mit R lädt man auch hier nach, das ist gut zu wissen. Oh! Danke, Piker. Ich hätte ich gerne auf meinem Vogel, äh, auf meinem River. Autsch. Ich hasse das, wenn ich mir nicht ausweichen kann. Dex, komm her, hier. Ich will euch Todhilfe. Lass die Schmetterlinge und komm her. Schnappt sie euch doch, das Vieh. Wow. Hm. Das war kaum unerwartet. Ist du tot? Ne, aber mein Hirsch. Das ist unnötig. Ja. Naja, gut. Die Statue ist doch direkt hier, also alles kein Problem. Holst einen neuen Hirsch. Ausdürf, Hirsch. So, lass mich. Lass mich raus, hier hirscht. Yes, bin ich. Der 28er da oben, können wir auch noch maxen, wenn du willst. Ja. Hallo, Deadpool. Guten Abend. Ich nehm mal, ich werd mal den Käfer raus, vielleicht macht der ein bisschen wat. Wie lange ist das Vieh tot? Ne, bestimmt nicht. Der ist bestimmt tot. Mein Käfer, mein Käfer, der ist nett. Und fast tot. Wahrscheinlich ist das Level nicht richtig. Äh, ja. Oder das Element. Der ist 28, geht eigentlich. Wobei ich hier das Element auch noch nicht ganz verstanden hab. Also ich weiß halt, Wasser stark gegen Feuer, Feuer stark gegen Eis und so. Oh Gott. Ja. Aber mehr hab ich noch nicht rausgefunden. Wasser, Feuer, Feuer, Gras, Gras, Erde. Hast du gefangen? Erde, Knitz. Ja, aber da hinten ist noch einer. Ein Dritter. Ja, aber mehr hab ich nicht. Und dann geht's weiter mit Feuer gegen Eis, Eis gegen Drache, Drache gegen Dunkelheit und Dunkelheit gegen Metall. Oh, nächst dir folgt noch so ne böne Krätskasse. Ja, die hab ich gerade eben angeschossen. Die war einfach wieder ruhig. Und ich hab gedacht, die hat sich beruhigt. Vieh. Hast du falsch gedacht, wa? Ja, hab ich echt falsch gedenkt. Was ist das eigentlich für coolige Statuen oder Strukturen hier? Was ist denn das? Das sieht alles so... Ey, deine Grinsekatze kann in die Strukturen reinlaufen. Das ist unfair. Ja, ziehen wir zurück. Der ist noch reingebackt und kommt da jetzt nicht mehr raus. Was? Ah, hier so ein Flugvieh. Du wolltest glaub ich auch einen haben, ne? Oder wer hat den gefangen? Ich hab aktuell beide gefangen, aber die können wir ja gleich verteilen. Denkt dran, die sind nur nachts da. Ja, wissen wir. Deswegen müssen wir den jetzt auch fangen hier. Verschwinden? Die spawnen die? Weißt du das reinzufällig, Akuma? Was denn? Die spawnen auch im Kampf? Nee, im Kampf nicht. Wenn ihr sie gesehen habt, dann bleiben sie. Bis ihr aus der Renderdistanz raus seid. Ich hab keine... Ich hab keine Sphären mehr. Also ihr könnt ihr jetzt fahren. Ich hab was. Ich mach das. Ich hab genug dabei. Oh, ist gestorben. Vor meiner Nase. Ist drin. Denkst du da hinten auch noch? Auch hier eigentlich um? Auch was nicht mehr so viel drauf schießen? Nö, nö. Guck mal, was ist denn meiner? Ich bin in die Schmelze reingeh... Wo sieht man das? Nö, nö, gar nicht. Bernd, du hast fängst, siehst du's. Was denn? Ja, war ich dir auch der Meinung. Und was kannst du's nicht sehen? Steht dann unten. Unten rechts, wenn du das gefangen hast, steht der Name und was es kann. Oder es steht einfach nichts da, weil es nichts hat. Ja, ja, das ist mir schon klar. Wollen wir in das Dungeon hier noch reingehen? Gerne. Ja, ich hab mir keinen Angriff von vielen. Ich hab mich angegriffen, ich hab nichts damit zu tun. Da kommt der Nummer Nummer 2. Was, ich fang den? Nein. Das haben wir schlecht abgesprochen. Egal. Boss? Boss. Ja. Äh, nee. Ich hab keine Rüstung. Wieso hab ich nicht so... Doch, ich wechsle meine Rüstung. Ich wechsle meine Rüstung kurz. Geht halt, alles in Ordnung. Ich finde es übrigens sehr stylisch, wie die mit der Muskete läuft. Kann man irgendwie auf Gehen wechseln? Man kann Gehen, glaube ich, ne? Die sieht halt echt stylisch aus, wie die Muskete hält. Ja, find ich super. Aber so wird die Muskete eben gehalten, weil sie ja ziemlich lang ist. Ich weiß, ich hab eine. Okay, dann... Dann... Ich hab keine Muskete, aber ich hab doch die Longneck aus Ark mal nachgebaut. Okay. Oh, das ist ein wunderschön. Ah, das ist die Petalia. Äh, guck mal, die... Petalia. Die Blumentante, die finde ich voll hübsch. Ja. Ich finde die voll hübsch. Ist ein Heiler. Ja. Dürfen wir? Wolltest du die nicht auch haben? Nee, ich wollte die... Die läuft ja auch überall rum. Das macht man gegen Ida Terras. Der hat ein Brett. Ja, ich ist... Ich weiß nicht, ob ich meinen auspacken soll. Lass ihn stecken. Schade. Nein, du kriegst mich nicht. Nein, du kriegst mich nicht. Nein, du kriegst mich nicht. Ich bleib hinter der Säule. Nein, ich bleib hinter der Säule. Oh, ich triff mich trotzdem. Aber ich packe jetzt auch hier mein Fisch hier aus. So, burn die alte weg. Ich nehme ich mir... Das ist das für ihn, das ich aus dem Eingeld gekriegt habe. Das ist... Das ist jetzt innerhalb der kürzten Zeit schon von 1 auf Level 20 gelöst. So, ich packe meinen Pearl wieder ein. Ja. Weil, wer will es fangen? Ich habe keine Bälle mehr. Ich fange es gerne. Ich will sie haben, ich will sie haben. Wenn du das nicht wollt, gerne, immer gerne. Aua, wie trifft die mich denn, ey? Im Rollen, im Laufen. Ich habe manche auch mal eingepackt. Sie halt heilbar. Ich habe mal 27 Meter mitgebracht. Wow, ich habe daneben geschossen. Einfach nur mal los. So. Dann vorsichtig sein, dass wir sie jetzt nicht geschießen. Ich versuche es einfach mal ganz kurz. Einfach so mal. Der ersten Schuss. Lass mich mal ganz kurz weiter schießen. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Ich bin fast tot. Lass mich nur ruhen. Ja, egal. Oh, ich bin fast mit. Ich bin gleich drückt. Oh Gott, warte, ich muss mal ganz kurz hinter die Säule. Hier geht es noch gut, Cam. Ah! Ich fange mir mit her. Au. Fang, fangen sie kurz. Du kannst sie aufheben. Oder du kannst sie nicht heilen. Ess was. Ess dich voll. Hab ich doch schon. Hallo. Attakieren, hallo. Komme. What the freaky hell. Hat es aber auch gerade eng auf mich achten. Abgesehen, kann das sein? Ich bin nicht ignoriert. Hast du sie schon mal angeschossen? Das gibt es gar nicht. Ich kriege nicht, ich kann nicht, kein Ausweich. Ich kriege keine ausreichende Ausweichrolle. Kriege ich nicht hin bei der. Die sind doch sehr schnell, die Angriffe. Ich kriege sie nicht rein. Ich versuche mal, das Feuer auf mich zu ziehen. Aber sie ignoriert mich. Hörst du, wie du grinst? Wieso? Ich grinst überhaupt nicht. Klar, das war's. Nee. Das weißt du. Das hat vorhin nicht, das ist auch gesagt. Ich finde das nur so geil, dass sie mich ignoriert. Nur auf die anderen geht. Nicht mehr schießen, nicht mehr schießen, dann ist er tot. Ja, das ist auch so geil, ne? Ich stelle mich noch vor sie. Ich habe dich gegen, gegen dich geworfen, Dodo. Ja. Ich bin nicht kass. Ah, ist drin. Ist drin, ist drin. Wow. Das war echt eine Geburt. Flink und ungeschickt. Na toll. Das will ich nicht als Heiler, den will ich nicht als Heiler haben. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, brauchst du den Arm? Ich muss ja ganz kurz nach Hause. Ich muss. Ja, mit du. Ich muss Sachen machen. Oh, da ist ein großes Eis-Ei da oben. Holst du. Kann ich nicht. Kletter hoch. Kann ich nicht. Das ist zu weit oben. Mach ich dann. Wir wollen jetzt eigentlich die Eier alle rüber zum Erz, 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 Spot. Erzberg. Ich würde sagen, ja. Aber nicht wirklich alle. Ich meinte sowas nicht nur so ein Teil. Oh Gott, ich bin in der Wand drin. Oh, ich bin in der Wand drin. Hilfe. Oh Gott. Spiel. Warum tust du das mit mir? Also, ich habe wirklich nur ein Landtier, was ich reiten kann. Ich fiel die anderen keinen Sattel ab. Ich brauch mal so einen Sattel für meinen Rambock hier. Rambock? Ja, für meine Ziege. Feuerziege. Feuerziegen-Boss-Teil. Für den Arthrox-Dingster. Arthrox, den kannst du doch. Die Ems doch recht früh, oder nicht? Ja. Ja. Ich könnte den Sattel auch, glaube ich, hoffentlich schaffen. Guck mal. Guck mal, Inselwerkbank. Nee, da gibt es noch gar nicht. Warte mal. Bin lost. Du bist mir da. Da kann ich hier erstellen. Das Ei. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun.